Moin Leute, hier seht ihr ein E-Bike, welches jetzt bereits 2000 Kilometer hinter sich hat. Und das Besondere an dem Ding ist, den Lithium-Akku und auch das Bike selber habe ich selber gebaut. Und zwar indem ich alte E-Bike- und Notebook-Akkus recycelt habe. Und der mega Vorteil dabei ist, billiger geht es kaum noch. Und man kann die alte Zellen, also hier diese, weiterverwenden, die sonst im Recycling gelandet werden. Obwohl sehr sehr viele davon noch mega gut nutzbar sind. Denn in so einem E-Bike-Akku wie hier sind meistens nur ein bis zwei dieser zum Beispiel hier 60 Zellen defekt. Und der Rest ist komplett in Ordnung. Da wäre es doch eigentlich eine ziemlich geile Idee, die restlichen dieser 58 Zellen weiterzuverwenden, oder? Das ganze Verfahren nennt man auch Second Life. Also quasi ein zweites Leben für so einen Akku. Und dass es sich lohnt, steht außer Frage. Denn dieser Akku, den ich euch gezeigt habe, also den ich am E-Bike habe, mit 1000 Wattstunden, hat mich schlappe 100 Euro gekostet. Auch den Rest des Bikes habe ich komplett selber gebaut. Also ich habe mir einen Motor bestellt, den eingebaut und so weiter. Und so aus einem normalen Fahrrad einfach ein E-Bike gemacht und das echt zum Hammerpreis. Und falls ihr ähnliches machen wollt, jetzt zieht direkt auf eigene Gefahr bitte nur, wenn ihr die entsprechenden Kenntnisse habt. Ich zeige euch heute aber, wie ich es gemacht habe, wie teuer das Ganze jetzt wäre, denn der Bau ist jetzt circa zwei Jahre her. Und wo ihr die Teile, auch die Akkus und so weiter bekommt, aber auch worauf man achten muss, damit es nicht gefährlich wird. Ich zeige euch aber auch eine Akkuquelle, die jetzt etwas einfacher ist, damit ihr zum Beispiel dieses Recycling nicht machen müsst. Was auch saugeil ist, ich habe mit ein paar anderen Wissenschaftlern eine kostenlose KI namens Lili programmiert. Und die ist für jedermann frei verfügbar und auch ohne Anmeldung zugänglich. Und mit der kann man halt dieses Recycling oder dieses Second Life Testen, von dem ich gesprochen habe, super schnell checken. Also zumindest so eine Art Vorprüfung machen. Oder sogar seinen gesamten E-Bike-Akku checken und zwar in Sekundenschnelle. Und das zeige ich euch nächste Woche. Also Abo nicht vergessen, um das nicht zu verpassen. Als erstes benötigt ihr natürlich gebrauchte Zellen. Ich habe die damals aus solchen defekten E-Bike-Akkus entnommen, die getestet und dann verwendet. Wie schon gesagt, sind viele von den Zellen, also die meisten sind eigentlich okay, meistens sind es nur ein bis zwei, die defekt sind. Das Batterie-Management-System eines solchen E-Bike-Akkus schaltet den kompletten Akku ab, wenn aber auch nur ein bis zwei defekt sind. Also quasi die ein bis zwei defekten ziehen den ganzen Akku runter. Vermutlich ist es euch aber zu stressig und es ist auch mittlerweile sehr schwer, an so gebrauchte bzw. defekte E-Bike-Akkus zu kommen. Und soweit mir bekannt, ist es nicht mal erlaubt. Also wäre ja auch viel zu sinnvoll. Deswegen zeige ich euch heute auch nochmal eine andere Möglichkeit. Und das ist zum Beispiel der Shop ncon.nl. Und direkt, ich habe mit dem Shop nichts zu tun. Ich bin selber nur ganz normaler Kunde. So, und fangen wir an. Also das Erste, was jetzt wichtig ist, ist halt das Akku-Case. Ich zeige euch gleich nochmal, woher ich das habe. Aber für jetzt ist erstmal wichtig, dass das Ding, was ich jetzt hier habe, 90 Zellen fassen kann. Und der Akku soll am Ende halt dann 36 Volt haben. Und die Kapazität, das bestimmen wir gleich. Das hängt davon ab, welche Zellen ihr dann verbaut. So, also hier seht ihr jetzt zum Beispiel, bei 90 Zellen werden dann immer 9 parallel geschaltet. Parallel heißt jetzt hier Plus an Plus und Minus an Minus. Und durch die Parallelschaltung solcher Zellen erhöht man die Kapazität des Akkus. Ich habe das jetzt hier einfach mal für euch angedeutet mit so zwei Zellen. Das ist mit 9 im Prinzip genau dasselbe. Die Kapazität addiert sich dann. So, und dann habe ich am Ende quasi 10 dieser 9er-Gruppen, die jetzt erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und die wiederum werden dann in Serie geschaltet. Also da wieder dann Plus an Minus und Plus an Minus. Immer so weiter. Das schleift man dann durch den ganzen Akku. Und damit bekommt man dann eine höhere Spannung. Denn jede Zelle, also eine dieser Zellen, hat nur 3,6 Volt Nominalspannung. Und wir wollen ja auf 36 kommen. Also ihr merkt schon, da brauchen wir 10 in Serie. Dann kommen wir auf unsere 36 Volt. Aber ich zeige euch jetzt gleich nochmal genauer. Bei den Sets, die ich euch unten in der Beschreibung verlinkt habe, sind aber auch entsprechende Nickel Strips mit drin. Und damit ist es etwas einfacher, diese Zellen direkt richtig dazu verbinden. Aber das zeige ich euch gleich auch noch. Okay, aber welchen Strom sollten die Zellen liefern können? Welchen nehme ich und so weiter? Ich zeige es euch jetzt einfach mal ganz konkret, wie ich es jetzt gemacht habe bei dem Shop ncon.nl. Nehmen wir mal an, so ein normaler E-Bike-Motor, wie man sich einbaut. Also auch meiner hat so 250 Watt an Leistung. In der Regel können die kurzfristig aber erheblich mehr. Also gerade zum Starten und so weiter ziehen die dann was mehr. Nehmen wir einfach mal 500 Watt an. Das sollte dann ganz gut passen. Das bedeutet dann, die 13,9 Ampere teilen wir durch 9. Und das heißt, wir haben pro Zelle ca. 1,5 Ampere bei 500 Watt. Also das ist dann schon eine sehr hohe Leistung, die wir da abgreifen. So und da können wir jetzt dann bei ncon.nl mal reingucken. Und da gibt es dann diese Filter. Ich zeige euch hier, welche ich eingestellt habe. Die Mindestkapazität habe ich jetzt hier mal mit 2400 mAh pro Zelle eingestellt. Und wenn ich das in den Akku einbauen würde, käme ich dann auf eine Energiemenge von 777 Wattstunden. Wenn ihr mehr wollt, müsst ihr dann Zellen mit mehr Kapazität nehmen. Also das könnt ihr eigentlich frei entscheiden, was ihr da jetzt braucht. Der nächste Punkt ist der Entladestrom. Und der müsste ja, wie wir eben ausgerechnet haben, bei mindestens 1,5 Ampere liegen. Hier nehmt ihr aber auch gerne ein bisschen mehr. Dann habt ihr auf jeden Fall nochmal Luft. Das schadet nie. Und ich habe jetzt hier beispielsweise 8 Ampere eingestellt. Wie gesagt, ein bisschen weniger wäre jetzt hier auch völlig in Ordnung. Aber warum nicht? Der Preis sollte am besten unter 2 Euro liegen. Denn wir brauchen ja ungefähr 90 Stück davon. Ich würde jetzt eher 100 bestellen. Weil bei einer 100er Bestellung werden die nochmal ein bisschen günstiger pro Stück. Und dann hat man noch welche auf Reserve, falls dann eine doch defekt sein sollte. Okay, ihr seht dann hier zum Beispiel diese Zelle von Sony. Da steht jetzt irgendwie renoviert. Das ist ein niederländischer Shop. Deswegen sind die Übersetzungen manchmal ein bisschen komisch. Das bedeutet aber jetzt hier in dem Fall, dass diese Zelle aus einem ausrangierten Pack mit minimalen Fehlern, also zum Beispiel irgendwelchen Schweißfehlern oder so entnommen wurde, und dann günstig weiterverkauft werden. Meine bisherigen Erfahrungen sind sehr, sehr gut. Also auch mit dem Shop insgesamt. Da kann ich wirklich nur eine Empfehlung aussprechen. Und ich wiederhole es nochmal, ich habe mit dem Shop wirklich gar nichts zu tun. Also ich bin da ganz, ganz normaler Kunde. Ich empfehle aber dennoch die Zellen, wenn ihr die da bestellt habt, zu testen. Und nächste Woche erkläre ich euch, wie das geht. Und zwar in verschiedenen Komplexitätsstufen. Da werden wir auch ein bisschen tiefer in die Zellchemien eindringen und so weiter. Das machen wir aber dann nächste Woche. Also das wird heute ein bisschen zu viel. Die Zellen bei Encon sind natürlich nicht so günstig wie jetzt solche gebrauchten E-Bike Packs. Aber die sind dann wirklich meistens 100% neuwertig. Und ihr habt keine große Arbeit damit. Also es ist schon ein fairer Preis eigentlich, wenn man ehrlich ist. Weil hier muss ich jetzt dann die Nickel Strips abmachen, die da rauspoolen, super aufwendig testen und so weiter. Und bei den Zellen von Encon geht das schon ein bisschen besser. Da hat man nicht ganz so viel Stress. Da reicht in der Regel ein Schnelltest. Persönlich würde ich jetzt die von Sony kaufen, da ich einfach super Erfahrungen mit Sony Zellen gemacht habe. Aber ihr könnt auch zum Beispiel die BAK Zellen nehmen oder sonst was, was da eigentlich ist. In der Regel sind das eigentlich alles gute Zellen. Bei 100 Stück zum Beispiel jetzt von den Sonys, da wären wir dann bei 179 Euro, also 1,79 pro Zelle. Und das ist eigentlich verdammt günstig für solche Lithiumzellen. Ihr könnt auch noch günstigere nehmen, dann kommt ihr da bei 139 raus. Oder ihr nehmt dann ein bisschen mehr mit Kapazität. Das könnt ihr dann total frei entscheiden. Wichtig ist hier jetzt aber, dass die ganzen Zellen eine Nominalspannung von 3,6 Volt haben. Das ist hier jetzt bei den Zellen aber eigentlich typisch. Okay, danach müssen wir ein Case kaufen und dazu noch ein passendes Batteriemanagement-System besorgen. Und das Akku-Case mit Halterung und auch das BMS, was ich jetzt bei mir zu Hause, also hier in meinem E-Bike verwendet habe, das habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Und es sind Teile, die ich wirklich jetzt hier auch selber verwende. Wobei mit dem Akku-Case diese Nickel-Strips jetzt in dem Fall dabei sind, die sind ein bisschen cooler als bei mir. Also ich hatte nur so Streifen und da sind es jetzt wirklich so richtige flächige Dinge. Da wisst ihr dann auch schon direkt, wie ihr diese 9er-Packs da reinlegen müsst, was echt hilfreich sein kann. Ich muss aber dazu sagen, dass ich zu diesem Case auch gleich noch ein paar negative Dinge zu berichten habe. Aber es ist nicht nur perfekt, da gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Nachteile, die solltet ihr auch wissen. Dazu kommen wir aber am Ende. Was ihr noch braucht, ist so ein Punktschweißgerät. Das hier ist jetzt ein Teil, was ich sehr gerne verwende. Das ist von Sunco, das kennen die meisten oder viele von euch sicherlich schon. Das ist so ein ganz normales Punktschweißgerät. Worauf man jetzt hier ein bisschen achten muss, ist allerdings, dass diese Elektroden hier nur eine sehr kurze Länge haben. Das heißt, bei so einem dicken Akku, wie ich den jetzt habe, kommt man da leider auch längenmäßig so ein bisschen an die Grenzen. Man kann aber hier auch einfach noch einen Griff dran schrauben und hat dann eigentlich ein 1A-Punktschweißgerät. Also das geht auch. Ich habe euch unten aber auch noch ein anderes verlinkt und zwar noch so ein günstiges Portables und das von Sunco ist auch verlinkt. Da könnt ihr dann entscheiden, was ihr dafür sinnvoll haltet. Mit den Portabeln, muss ich zugeben, habe ich jetzt keine Erfahrung, aber die Bewertung und so sah mir sehr positiv aus. Also dass ich jetzt da davon ausgehe, dass das auch was taugt. Ich kann es aber nicht versprechen. Wenn ihr da Erfahrung habt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das hier in die Kommentare schreibt. Dann würde ich das auch hochpinnen und könnte unten gucken, ob das wirklich was taugt oder nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber es sah mir okay aus und es ist sehr günstig. So, hier in dem Clip könnt ihr jetzt sehen, wie ich die Strips anbringe, aber auch wie ich die Akkus anordne. Also darum könnt ihr euch auch beispielsweise orientieren, wenn ihr nicht selbst schon irgendwie eine sinnvolle Anordnung habt. Zum Beispiel durch diese flächigen Nickel Strips, die dann dabei liegen. Dann ist die Anordnung eigentlich eh schon festgelegt. So, das Punktschweißgerät, was ihr hier in dem Clip seht, das war tatsächlich ein DIY-Ponect namens Nähmaschine, weil das klang nämlich wie eine Nähmaschine. Und das Ding existiert nicht mehr, also es ist auch kaputt gegangen. Deswegen sage ich direkt, nehmt euch ein ordentliches, kauft euch da was, dann habt ihr den ganzen Stress nicht. Wobei meine Nähmaschine auch Spaß gemacht hat, kann ich nicht anders sagen. So, wenn ihr dann alles richtig zusammengeschweißt habt, solltet ihr einmal die Gesamtspannung prüfen und zwar vom Minus zum Pluspool des Akkus. Und dann seht ihr, dass es jetzt bei mir zum Beispiel 41 Volt sind, also das ist alles richtig hier. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, hat er nämlich 42 Volt und wenn er leer ist, liegt er bei irgendwie 32, 33 Volt. Da ich jetzt wusste, ich habe die Zellen alle schon ziemlich voll geladen, war mir jetzt schon klar, okay, der muss irgendwie bei um die 40 Volt liegen, wenn ich alles richtig gemacht habe. So, als nächstes ist jetzt das sogenannte Batterie-Management-System dran und das ist jetzt dieser kleine rote Kasten, den ich euch eben gezeigt habe. Das ist jetzt gar nicht so schwer und das Ding ist total wichtig, weil es prüft jetzt, ob zum Beispiel die Temperatur stimmt oder ob irgendein Akku-Pack, also diese 9er-Packs irgendwie aus dem Spannungsbereich rausfliegen, wo sie sein sollten. Und das ist natürlich ein total wesentliches Sicherheitsmerkmal, weil ein überladener Lithium-Akku, der kann tatsächlich explodieren und ist dann auch gefährlich. Also ohne BMS geht es auf keinen Fall. Und ihr seht jetzt hier, ihr fangt irgendwie an mit diesem schwarzen kleinen Käbelchen, das müsst ihr jetzt einfach an den Minus-Pool der Batterie löten, also ich habe es jetzt hier einfach an die Nickel-Strips gelötet. Dann nehmt ihr das nächste kleine Käbelchen, was daneben liegt und das kommt dann einfach in die Serie geschaltete 9er-Pack. Also ihr müsst quasi immer mit zwei dieser Drähtchen immer die Spannung des jeweiligen 9er-Packs messen und dann geht ihr immer so weiter und weiter und weiter. Und wie ihr hier in dem Clip seht, funktioniert das dann so, dass sich die Spannung von jedem Punkt, also von jedem dieser Adern, die da drin sind, von einem zum nächsten halt immer um circa 4 Volt erhöhen muss. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, könnt ihr das auch genauso nachmessen, also genau wie ihr das bei mir hier seht. Also es ist wirklich nicht so wild, es sieht jetzt schlimmer aus, als es ist. So, und wenn ihr dann bis zum Plus-Pool alles richtig gemacht habt, also die ganzen kleinen Käbelchen alle verlegt habt und ihr auch gecheckt habt, dass jedes dann immer so sich um zum Beispiel 4 Volt erhöht, dann könnt ihr das Ding an das BMS anschließen und seid jetzt fast fertig. So, wenn ihr das gemacht habt, dann schließt ihr noch die zwei dicken blauen Kabel des BMS zwischen den Minus-Pool des Cases und den Minus-Pool des Batterieausgangs an, der unten ist. Also ihr seht, das ist unten so ein kleiner Ausgang, da macht man den einfach fest. Und den Plus-Pool macht ihr dann natürlich auch am Plus-Pool des Akkus fest und dann seid ihr eigentlich schon fast fertig. Und der Sinn des Ganzen ist, dass dieses BMS quasi, wenn irgendwas nicht stimmt, also eine Zellspannung oder halt irgendwie, der merkt, die Temperatur ist zu hoch, dann trennt er einfach den kompletten Minus-Pool und der Akku ist dann wirklich getrennt vom gesamten E-Bike und alles, der ist dann tot. Und dann kann auch erstmal nichts mehr passieren, also das ist, wie gesagt, dieses wesentliche Sicherheitsmerkmal. Als letztes müsst ihr dann noch den Charge-Port an Plus- und Minus-Pool anlöten und dann seid ihr eigentlich fertig. Und jetzt nicht verwirren lassen, in dem Clip, den ihr hier seht, habe ich einen BMS verwendet, welches einen extra Charge-Port besitzt. Das ist aber nicht notwendig, also das geht auch deutlich einfacher. Ich habe euch hier jetzt eins gezeigt, was das nicht hat und da finde ich persönlich ein bisschen leichter. Deswegen würde ich euch das auch empfehlen. So, und das war es eigentlich schon. Also damit hättet ihr jetzt so einen Akku oder ich habe das jetzt so genauso gemacht, den dann zugemacht und fertig. Und wie gesagt, der läuft jetzt schon eine ganze Weile. Also da bin ich eigentlich echt glücklich mit und bisher fährt er ganz fleißig. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Ja, wie habe ich jetzt das E-Bike selber gemacht? Also da habe ich einen 250-Watt-Bafang-Motor mit einem kompletten Kit verwendet. Also ich habe einfach so ein Kit mit allem Zeug gekauft und der Link ist auch unten in der Beschreibung. Und mit dem Mittelmotor bin ich jetzt persönlich wirklich super, super zufrieden und kann ihn jetzt selber uneingeschränkt empfehlen. Also der läuft wirklich wie eine Eins und hat auch Power und das macht richtig Spaß und da kann man wirklich nichts sagen. Ich kenne mich jetzt nicht so mit dem Tritt, also wie der Tritt ist und so weiter. Das ist mir jetzt persönlich scheißegal. Also mich bringt das Ding ganz gut vorwärts und damit bin ich glücklich. Falls da jemand sehr hohe Komfortansprüche hat, kann ich jetzt nichts dazu sagen. So, bevor ich jetzt euch aber wirklich dringend warnen möchte und das ist irgendwas, was ich immer wieder sehe, was die Leute total verwechseln. Es gibt auf Ebay und Co. wirklich sehr günstige und fertige E-Bike-Akkus. Und ich würde euch persönlich davor warnen. Das Problem ist halt einfach dabei, dass viele dieser Akkus halt sehr günstige Lithiumzellen unbekannter Herkunft verwenden. Und ich persönlich würde jetzt hier für nichts garantieren. Ihr wisst einfach nicht, was da drin ist. Also hier ist ja dann typischerweise ein Case drum und was jetzt hier für Zellen dann verbaut sind, ob das irgendwelche Markenzellen sind oder irgendein Schrottzeug, wisst ihr nicht. Und ich kann nur sagen, wirklich schlechte Lithiumzellen sind gefährlich. Also das muss man einfach so sagen. Wenn ich von irgendwelchen E-Bike-Bränden höre, gehe ich meistens davon aus, dass das sehr, sehr günstige Zellen irgendwie waren und dass da halt tatsächlich irgendwie eine Gefahr besteht. Deswegen würde ich euch von solchen Billig-Akkus sehr, sehr dringend abraten. Da kaufst du halt einfach die Katze im Sack. Was ihr machen könnt, um euch da zu vergewissern, ist auf jeden Fall den Händler dann einfach zu fragen oder den Verkäufer, welche Marke und Typ dann da drin verbaut sind. Also das sollten die eigentlich wissen oder zumindest wissen, ob es irgendwie Markenzellen sind oder nicht. Und wenn das dann halt Panasonic, LG, Samsung oder Sony und so weiter ist, dann müsst ihr euch da eigentlich keinen Stress machen. Auch BAK oder so ist im Prinzip in Ordnung. Lishen ist eine gute Marke. Das sind jetzt so chinesische Marken, aber die sind prinzipiell auch in Ordnung. Falls es aber keine Info gibt, der es nicht weiß oder so, wäre ich persönlich halt vorsichtig. Bei Bosch-Akkus und so braucht ihr die Sorge natürlich nicht zu haben. Die haben in der Regel sehr gute Sachen dann verbaut. Also da wisst ihr dann schon, dass es doch was Ordentliches ist. Ja und das ganze Problem existiert tatsächlich auch für große PV-Akkus. Also auch hier haben wir ein Problem oft, weil nur weil ihr etwas irgendwo kauft und da ein Case drum ist, heißt es doch lange nicht, dass die Teile, die da drin sind, auch wirklich sicher sind. Also da kann ich euch versprechen, das ist leider nicht immer der Fall. Gerade bei PV-Akkus gibt es da auch sehr große Unterschiede. Das wollen wir uns vielleicht auch nochmal irgendwann in Ruhe angucken, aber das nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, im Frühling und Sommer fahren wir unsere Kids damit immer zum Kindergarten. Also hinten mit dem Anhänger und das klappt wirklich super. Bisher auch sehr zuverlässig. Aber fragen wir einfach mal meine Frau, was die dazu sagt. Also ich weiß es auch noch nicht. Ich glaube, sie findet es auch okay, aber fragen wir sie mal. Also, was hältst du davon? Im Frühjahr nutze ich das Fahrrad für die täglichen Kindergartenfahrten. Dann freue ich mich immer, auch weil wir unser altes Fahrrad noch weiter nutzen können. Aber es ist auch schon mal unterwegs ausgefallen. Und dann, ja, dann habe ich den ganzen DIY-Kram wieder verschwucht. Das will ich nicht hören. Aber was sind jetzt die Nachteile, von denen ihr geredet habt? Also, der größte Nachteil, finde ich, oder so ein bisschen, wo ich unsicher bin, das ist das Case. Also das Case, was ich euch gezeigt habe. Und zwar glaube ich persönlich nicht, dass das wirklich wasserdicht ist. Also bei starkem Regen, wenn da wirklich Regen von unten drunter spritzt, fahre ich nicht so gerne damit. Na, man will natürlich meistens sowieso nicht im Regen fahren. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Aber wenn da starke Spritzwasser gegenkommt oder so, weiß ich nicht. Also wie gesagt, wenn es ein bisschen ist, ist es, glaube ich, gar kein Thema. Aber bei starkem Regen, wenn es so richtig sift oder so, da würde ich mir jetzt ein bisschen Sorgen machen, ob da nicht Wasser eindringen kann. Ich habe es nicht getestet, ich werde es aber auch nicht testen. Da ist halt einfach keine Gummidichtung drin. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Könnte die aber theoretisch auch nachrüsten. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Wir fahren dann einfach im Regen nicht. Auch die Halterung am E-Bike könnte ein bisschen stabiler sein, finde ich. Also man macht das halt an dem Flaschenhalter fern. Das ist jetzt nicht immer ganz optimal. Also es kann auch ein bisschen, wirkt ein bisschen wackelig. Und mit 90 Zellen wiegt der Akku natürlich auch einiges. Bisher hält das, wie gesagt, die zwei Jahre total super. Also da haben wir gar keinen Stress. Aber wer jetzt damit zum Beispiel mal ins Gelände will oder so, das würde ich jetzt nicht machen. Also wenn man nur Straße fährt und ruhig ist, wie jetzt zum Beispiel mit dem Kinderanhänger, ist jetzt kein Problem. Aber je nachdem, wenn ihr da ein bisschen härtere Anforderungen habt, solltet ihr da vorsichtig sein. Oder das Teil dann zusätzlich noch verstärken. Was weiß ich, zum Beispiel mit einem Klettband, einem Festen oder so mehrere nochmal drum machen. Oder es irgendwie anders nochmal ein bisschen befestigen. Dann geht sicherlich nochmal was besser. Okay, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch, fandet ihr spannend. Mir hat es echt Bock gemacht, den Akku zu bauen. Und ich fand auch, dass das Ganze super funktioniert. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, nächste Woche kommt dann das ganze Thema, wie teste ich solche Akkus und so weiter. Das zeige ich euch dann nächste Woche. Wie teste ich auch einen Gesamtakku, also mit der KI, die wir haben. Das ist halt tatsächlich gar nicht so kompliziert. Ist auch total interessant. Und bis dahin macht's gut. Tschau. Musik ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.